Wir waren dunkler Karneval, das war eine richtig geile Folge und richtig Laune gebracht und jetzt sind wir hier beim Sumpffieber. Mein Freund Dicken ist auch wieder am Start und wir haben Bock. Na klar, du musst bloß mal das Spiel noch öffnen. Ich komm nicht rein. Nee, nee, ich bin auch noch nicht fertig hier. Ich mach das mal, damit ich weiß zu Anfang welche Folge das war. Sumpffieber, so. So, Richtigkeit leicht, Explosivspiel für Freunde. Jetzt wird die Lobby erstellt. So. Mal rein kommen. Hm. Na wunderbar. Nämlich wieder den Dicken hier. Den Coach. Ich hab was ganz besonderes heute mitgebracht, äh, mitgebracht, ja. Bist du Start klar? Äh, ja, dann start's. Ja wunderbar. Dann geht's ab. Ja, das Bild ist so lange drin, äh, beim Let's Play, äh, da tue ich immer das Bild rein. Da bietet er mir ja drei verschiedene an und... ...die letzten beiden Folgen war, da bietet das Bild dann drin, ja. Ich bin gespannt. Der Tod bringt die Heilung. Hm? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Hm? Scheiße, Nick, das war der Pilot. Richtig, aber als Zombie war er dann nicht mehr so der Megapilot, oder? Schon, 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 erahnt, Zombie, aber auch unser einziger Pilot. Ein Zombie, Alice, das war ein Zombie. Der wurde sicher gebissen, bevor er uns abholte. Zombie-Pilot, ja. Der kann wohl nicht sein... Guck mal, wie ich aussehe. Siehst du das eigentlich auch? Warte mal. Standard, würd ich sagen, oder? Ist das bei dir Standard? Ja. Habe ich nicht so ein Bärchen-Kostüm richtig an? Nö. Nö, okay. Dann seht das nur der eine, okay. Dann ist ja blöd. Na gut, was haben wir hier in Schrot für den... Ich hab das schonmal bei YouTube gesehen, die hatten da... ...das ist irgendwie gemottet, oder so. Ich mein, das Spiel hat jetzt ja auch, äh... ...Handmanns hier... ...Esteam Workshop. Wie war mit Scooby-Doo, äh... ...die Truppe von Scooby-Doo? ...Hu... 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 Ja, ne Nachkampfbuffe. Krieg mir auch mal eine. Ich hab'n Paddel, Alter. Ich nehm' die Pillen hier. Ja, die sind immer gut. Ey, da ist'n Ticker, Alter. Ich hab' hier irgendwie bei dem Level so leichte Grafikfehler, ist das bei dir auch? Was hast du? Grafikfehler? Ja, ja, so Schatten werden nicht richtig angezeigt. Also, hab'n gelauft, äh, eigentlich alles ganz gut, also. Lade nach! Lade nach! Schauen wir in den Häusern nach Vorräten. Lade nach! Lade nach! Hahahaha! So. Warte mal. Lade nach! Boah, ich kann hier nicht. Wie ändert man die Waffen? Äh, weiß ich nicht. Ich spiel' mit Taster drum aus. Was trotzt du da, um die Waffe zu wechseln, von Nahkampf auf Pumpgang? Einfach Mausrad hoch, runter. Mausrad? Geht bei mir nicht. Wahrscheinlich, weil der Controller angeschlossen ist. Na geil. Ich würde mich eigentlich gerne auch mal ein bisschen ballern, aber... Ich hab' ich den Knüpp... Ach du Scheiße! ich hab' alle! Ich probiere da mal alle ehe! Ich hab' ich den Knüppel! Hier kommt Boomer gar nicht! Ich hab' alle ehe! Oh! Und warum kommen die denn dann mal mal hier alle her? Mir gehen Alarm aus, oder was? Nö! Und was? Und was? Na 잘 na! Oh! Und was dann äh? oh halt hier richtig hier laden auch gern ein paar pillen haben nur eine bratpfanne hier und noch brauchen sie auch nicht kult bier ja das hier er brandgeschoss hier sind pillen ja wunderbar oha da ist alarm kommen die jetzt alle ich will mal eine blöden bratpfanne hier ich will mal die schruttflinte haben ach so geht das ah, auf y das merke ich jetzt nach der fünften folge das ist ja gut das ist ja geil okay die nehme ich mit weil die eine habe ich jetzt geworfen eine schruttflinte werfen wir die auch dahin dann gehen die alle weg das war gut ja oh, das spiel hängt das spiel geht weiter also hier da kommt Roger langsam zum sumpt ja was haben sie sieht das aus ja hübsch von macht ja ja ich brauchpillen Aha. Da kommt der Kleine wieder hier. Da bräuchte ich mal ein bisschen Feuer-Unterstützung. Äh. Hä? Ich war direkt neben euch. Und dann kam der Jerky und der hat mich ins Wasser gezerrt. Verdammt nochmal! Ach du bist schon tot? Naja. Normalerweise. Verdammt! Verdammt nochmal! Ich bin auch gleich tot, wenn er so weitergeht. Aaaaaah. Ja ne, ist klar, Alter. Wir spielen hier auch leicht, ja? Alter. Ja, ist da geschafft, noch drei. Oh, ist alle tot, Alter. Alter. Aber jetzt ist Ruhe, oder was? So, fahr mal mit der Fähre rüber. Lade dich nochmal ein. Ne, fahr mal mit der Fähre rüber, das funktioniert eh nicht. Sind eh alle tot. Ich hab dich eingeladen, das hat doch... Das bringt nix. Nein, das bringt nix. Sind doch alle tot. Scheiße, jetzt hat er mich hier mit... Scheiße, jetzt hat er mich hier mit... Das schaff ich auch nicht. Das sterben alle. Ich hing da mit der blöden Zunge, Alter. Ja, und der andere hat mich ins Wasser gezogen. Und da kam ich nicht mehr weg. Da stirbst du automatisch. Ja, jetzt halte ich mich von dem Scheißwasser fern und ich die Fähre ruf. Auf jeden Fall. Was geht jetzt wieder ganz von vorne los? Naja, wir müssen ja bloß dort durch und dann sind wir ja schon an der Fähre. Ist ja nicht. Ja, Medi. Ich nehme diesmal die MP mit. Naja, sterben gehört auch zu dem Spiel, das ist nochmal so. Ich glaube sowieso, von Folge zu Folge wird das immer schwerer. Wo man auf leicht spielt. So, dann machen wir jetzt hier mal einen Schnelldurchlauf. Ja, dann nehmen wir die Nahkamp-Waffe noch hier so. Dann gehen wir mal wieder dahin, wo wir hin gewesen sind. Und waschen hier mal durch. Oh, komm her hier. Ich komme online. Kommst du? Du hast halt ein Weg. So, hier die Rohrbäume wieder mitnehmen. Okay, die hatten dann noch Pillen, dann nehme ich mir die Pillen auch noch. Da sind die Pillen, wunderbar, die brauche ich nicht. Ja, die macht natürlich Lärm, dann müssen wir uns irgendwo schanzen, hier oben im Haus vielleicht. Ja, ich werde die mal rufen, die Fähre, und dann hauen wir mal ins Haus ab, da oben. So, geil, geh hoch, hier ist irgendwo dieser mit seiner blöden Zunge da, vorhin war der hier oben. So, und jetzt warten wir hier oben, bis die hier hochkommen, kann das noch dauern. Ah, da kommen schon welche, ja super, mich zieh da raus, ich brauche Hilfe. Kommt ihr mal. Was ist denn mit dir schon wieder passiert, ich hab doch gesagt, er zieht mich raus. Du sollst nicht da runter gehen, du sollst rumbleiben. Jetzt hat mich da raus gezogen. Ach so. Seh auf, Mädel. Okay. Die Frippelados hier, okay. Oh man, der große, Alter. Scheiße. Die Ausschlöcher. Oh nein. Ich lade nach. Vorsicht. Und das will ich nicht, ich will das Mediket haben, so. Jetzt haben wir das. Hast du noch, äh, kannst du dich nicht heilen? Ja. Wenn du denn noch Platz hast, dann würde ich mir hier ordentlich, äh, Defi mitnehmen. Genau. So, das haben wir jetzt geschafft. So, das hat schön gefasst. Ja. Alle an Bord. Alle an Bord. Ja. Okay, auf die Fähre. Ja, dann setzen wir uns hier mal hin, ne? Nick, wie stehen wohl die Chancen, dass das Umfeld erlebt hat? War's infiziert in deinem Leben oder am Leben und kein Zombie? Kein Zombie. 100 zu 1. Klingt okay. Hm. Klingt okay. Weiß fein nicht. Und mehr zu 1, ja. Kaffee wird kalt. Da laufen sie doch schon. So. No, ich spiel. Vergröne Dicke, Alter. Lade nach! Na! 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 das klingt ganz wie eine wirtschaften scheiße als von der pittscheine ja irgendwo hat sie sich hier verkocht gefährlich einer der gefährlichsten gegner überhaupt ach du scheiße da kommt der dicke halte da unterwegs nein nein jawohl hier hinten müssen wir weiter oder hier kommen wir auch lang aber ach alligatoren hier gibt es ja auch eine anaconda aber die stärker als alligator das ist 10 meter komplette muslimaster anaconda sag mal so weizzubau jetzt nehmen wir einmal die brillen jetzt auch boah geil der chromschopper hier hinten doch ich zeig ein pfeil lang wo ist mir doch hier lang eigentlich doch nicht da lang geht zwar ein pfeil lang aber das ist glaube ich quatsch da geht es ja auch nicht weiter doch was ist das zählen hier aha wunderbar ja richtig ich sehe ketten segel ja ja da kannst du natürlich ja da kannst du überwarten hier gibt es noch pillen falls du welche brauchst ne habe ich schon welche kommst du hier her jetzt oder da müssen wir nicht hier rüber was müssen wir nicht hier rüber äh hier hier sind wir richtig glaube ich na wir können auch da hinten lang oh wo sind wir denn alle hier naja hier war der pfeil da muss das ja nicht sein krokodile krokodile das ist eins da ja ne jetzt eins aber hier ist noch ne hexe ich hab die ketten segel für die du alle dann mach ich mir gar keine sorgen ja die hockt hier drüben im wasser ich geh mal lieber hier außen rum ich habe die ich 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 das ach So, schottendicht hier. Oh, war lustig. Ja, das war schon gemein, wo sie uns da reingezogen haben. Ja, da mussten wir mal im Haus bleiben. Das hätten wir uns auch nicht geschafft. Ich weiß nicht, wie man das auf Ultraschwer spielen soll, also... Lückensprayer? Verartste mich erstmal und nehme gleich noch eins. Vielleicht mach das noch ein bisschen leiser. Moment. Weil sonst kann ich die gar nicht verstehen. So. So. Absurd ist gut. Kettensägel, die ist so laut. Die gehen noch? Oh, wunderbar. Hier. Ach, eine Uzi. Die sehe ich zum ersten Mal, die Uzi. Boah, 650 Schuss, Alter. Geil. Mit Jozi, Alter. Lade. Mach auf die Schotten. Und hier läuft's wohl aus dem Abflussrohr rein. Sicherheit, Alter. Boah, die Überflüge ist so unterwegs hier, du. Ich kann schnell nachladen. Lade. Oh, wunderbar. Adrenalinschuss. Ja, die machen ja da in den HL... Ähm... Granatwerfer. Lareda, da macht der Katze ja die Schlangen, äh... Du musst sie platt machen. Weil die fressen die ganzen kleinen Alligatoren auf. Ich meine, ausgewachsenen Alligatorschaft an der Kockner auch nicht, aber... Aber in kleineren, so zwei Meter, ist kein Problem, Alter. Du bist die komplett auf, Alter. Au, au. Das war... Schnell näher geschossen, die hat eine Feuerrate, ey. Was war's? Bei so einer Anaconda, das musst du dir mal angucken auf YouTube, Alter. Ein Löwe, Alter. Der Löwe spielt da mit dir, Alter. Der muss auch packen, Alter. Aber so ein zwei Meter Alligator, den frisst der auch, Alter. Hat uns das Leben. Die zehn Meter reine Muskelmasse, Alter. Wo zum Teufel sind wir? Ich war mit nem Sumpf, Alter. Mit nem nirgendwo. Granate! Super! Waffen! Na komm her, kleiner! Jockey! 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 Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Adrenalinschuss! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Adrenalinschuss! Lade nach! Lade nach! Ich dachte, das wär ne Spritze! Das wär ne Spritze! Oh ne Granate! Oder was hat er da bei mir? D-V-1-1 hier! Cool! Lade nach! Lade nach! Dann auch 470 Schuss, Alter. Super! Waffen! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Ich glaube wir müssen da hinten durch hier. Ah, liegt! Ich wollte nicht gerade abschießen, ey. Doch, die, Alter. Ach, hier ist er. Boah, ich kann ja weit springen, ey. Ach, hier mitten im Sump, ja. Mitten im Nirgendwo. Da ist ein Flugzeug. Ja. Wo soll denn hier mehr Adrenalin sein? Ach da! Dann gib ihn dir, Alter. Gön ihn dir, Alter. Zack! Das ist nicht mehr als ein Mückenstich. Ach, jetzt sind wir hier voll auf Agro, oder was? Lade nach. Es geht nur durch die Tür. Ach du Scheiße. Ah! Ja! Ich bin lieber, Alter. Mal mit dem, Alter. Du hast du den ganzen weg. Ach du das zu Ehen. Guter. Ich bin lieber auf. Herr Hurt, ich bin lieber auf Ersteck! Ich bin lieber auf Ersteck. das wird mir glaube ich wer immer mehr das reicht über langsam juli Was sollen wir denn hier machen, Alter? Oh, nö, Alter. Ich bin halt sehr geschossen hier. Oh, dann müssen wir das auch so ausgucken. Ah, wieder 1650 Schuss. Ah, nimm mit hier die Scheiße. Ich glaube, wir müssen weiter laufen, sonst kommen die hier immer wieder. Naja, das muss hier auch weiter gehen. So, hier runter, wo die Hälfte kommen sind. Oh, ich hätte auch die Kettensägel nehmen können, aber das ist mir in dem Moment nicht eingefallen. Komm her, du alte Schlampe. Bist du. Nö, warte. So. Ich habe noch eine Kettensäge. Noch eine Kettensäge. Ich würde sie mir als Nahkampfwaffe an deiner Stelle auf jeden Fall nehmen, ey. Besser als jeder Knüppel, ey. Ich weiß nicht, ob du an die Sniper wegverliegst. Eine Kettensäge. Ah, okay. Das ist ja groß, ey. Ei, ei, ei. Lade. Äh. Lade nach. Nicht hier auch Bäume fällen? Hahaha. Das wäre es noch, Alter. Wenn der richtig anlegen würde und den Baum einfach richtig verkreisen würde. Genau. Das wäre geil. Was? Oh, die kann gerne kommen. Ist mir scheißegal. Willen? Komm her. Oh, Mist, ich dachte... Das geht nicht. Ich dachte, er reißt ihn aus der Luft gleich mit der Kette. Oh, jetzt müssen wir auch verbinden. Sonst habe ich einen riesen... Nein! Nein! Boah! Sie füllen gleich rum. Ach, die hat gleich kein Benzin mehr, das sehe ich gerade. Ich brauche Deckung zum Verarzten. Warte, ich habe was für dich. Äh. Ich weiß es mir dahinten, jetzt war der aus. Endlich aus dem Sumpf raus, ja. No. Oh, sicher. Die nehme ich gerne. Die Regulator. Tor. Ich trete hier gleich in den Arsch. Tret dir gleich in den Arsch. Ich fülle dich gleich in den Arsch. Hahahaha. Das wäre gerne in den Arsch treten. Ich fülle dich in den Arsch, Alter. Aber nur in den Arsch. Was? Ehrlich? die weiber wollen wenn er den arsch dreht das lade treten und laden was sind denn das hier alles für leichen hallo nick wo ist denn nick verdammt gut kann ich dir so helfen dreh zum jetzt äh ist da jemand Hilfe die haben sich echt abgeschottet hallo jemand da hallo jemand da ja wir müssen jetzt lang hier rum logo das war der sumpf ja da kommt rein hier rausschauen na los na 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 was machen die frauen dann das Dorf an muss ja den was machen die frauen dann zut sealern emanzipiert ja und die thumbtüten sind thumbys 鯉 sind leider abballern ih s man 就 sie bei 台灣 in afghanistan, das was kommt von der bundeswehr erstmal verarzen noch für nahkampf waffen sehen wir uns um hier sind jetzt aber mehr gibt es nicht irgendwie gefällt mir das tätig dafür dass er von 2009 ist für grafisch schon in ordnung die sollten mal einen echten dritten teil raus bringen das hätte es ja schon eins geben müssen das verstehe ich nicht in der dritten teil jetzt sind wir nicht die müssen sowieso mehr viele machen gar nicht das beste entwicklerstudio da gibt es ja viele gute entwicklerstudios aber walf ist in die tiefe ja geil oder neuen half-life teil das wäre auch geil ja stufen lade nach läm das da dann Ja, wenn du rechtzeitig erkennst, wenn du so nah dran ist, dann tut's weh. So. So. Oh, ich brauch'n hier. Das ist scheiß Puscherei immer mit nem Kaffee hier. Das geht ja mal gar nicht. Oh, wir sind was zur Beruhigung hier. Oh, das war's. Das ist gleich noch auf dem Boden ausgekotzt. Was hier? Aha. Wunderbar. So. Habe ich noch? Mein Moni, so. Wunderbar. Oha. Oha. Alter, was wär' die Welt bloß ohne Bier, du. Oha. Was ist Wasserleichen? Habe ich freigeschaltet. Oha. Ah. Oha. Der will abhauen. Der hat deutlich mehr 130 Bilder pro Sekunde, aber die Grafik ist trotzdem geil. Das ist vollkommen ausreichend, die Grafik in meinen Augen. Wenn ich mir andere Spiele angucke, die ja so rockelig laufen da, also der Grott ist schlecht programmiert. Das hier sieht schon sehr geil aus. Brücke! Oha! Jetzt haben wir wieder, dass du hätte wie vorhin. Macht Lärm, die Brücke. Super! Alle Hocken sind da hinten. Am besten muss man dann irgendwo in ein Haus rein. Nicht hier unten sein. Bis zu spät. Ach so. Ja, dann muss ich jetzt überleben hier. Er hat auch kein Medipack gehabt zum heilen. Äh, scheiße! Aua! Ist Säure, Alter. Oh, ich habe keine Zeit mich hier zu verarzten. Ich muss jetzt einmal sicher einen Platz hier finden. Arschloch. Ah! Oh! Sag mal! Was ist aber hier? Oh, da kommt immer mehr, Alter. Das ist auch irgendwann mal ein Ende hier. Der kleine Pisser auch noch hier an. Der kleine Pisser auch noch hier an. Oh! Oh! Oh, fuck man! Oh! Jetzt reicht's hier aber langsam. Oh! 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 So! Oh! 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 Das ist gleich vorbei. Du bist der letzte, du bist das letzte. Einer kommt dann noch. Ich nehme Schuss. Wir kriegen dich jetzt wieder hier ins Spiel. Einfach weiterlaufen. Einfach weiterlaufen. Mein Gott war das Hardcore. Gar keine Munition mehr. Ich muss ja jetzt hier langsam irgendwo hier. Achtung auf hier. Hier ist Munition. Ja, Granatwerfer ist klar. Die will ich gar nicht haben, die Scheiß. Neue Schrotpumpe hier haben. Was seid ihr? Überlebende retten. Aha. Da hinten. Achso, da bist du. Kann mich jemand hören? Halt die Schnauze. Boah. Brunus. Punkt. Потому. Das ist auchessa. Oh Ne. Nee. Ich kann das jetzt nehmen, was ich da sagen Steve, ja ne. Musik. Das in monsieur overflow. Ah لا nein. Wo ist dasикливо? Ne. muss man die andere nehmen die ist auch gut ja an er ist tot dann hast du die defibrillator noch verlierst ja alles ja stimmt ja auf dem regen wir sind raus aus dem sumpf wir sind noch mehr noch mittendrin im sumpf oder spannend wie das nachher enden soll hier wo bleibt hier ich hatte diese waffe ich brauche schon mal einen medipit oder nichts da ist noch ein Haus safe room oh gott sei dank das wurde jetzt auch langsam mal zeit das wird bestimmt zum schluss noch richtig heftig das hol ich mir erst mal ein bier aber mir geht es auch gleich wieder gut auch bloß ein kühles blondes ein moment ja machen wir die Tür schon mal zu hier ich habe hier meine knuckelflasche ich habe hier meine knuckelflasche da sagst du was oh ja so so eine schöne floppe die Welt ist in Ordnung aber er braucht das so hier sind wir ready frisch aufgetankt hier wieder die Pumpe hier noch ein bisschen was zum verarzten aber das nehme ich erst wenn ich das ganze gesundheit da unten habe zum verarzten ich mich abwarten so offen auf hier oh die Sonne scheint hallo ich glaube das wird auch eine lange folge dass wir schon alles hinter uns haben das ist halt eine kirche das sieht nicht aus wie eine kirche o ja hahaha schocki lade nach ach ist zu 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 バ Das ist ein Frösche, Alter. Hörst du die Frösche? Ja, so... Hahaha! Ah, jetzt hab ich noch mal in der Zeitung angekommen. Das war ein Jockey, noch einer oder? Ah... Hahaha! Huh? Ich lade nach! Aha! Aha! Ah, jetzt sind wir hinten dauernd. Das ist aber auch noch ein Dicker. Irgendlein noch einer. Ich wollte jetzt mal hier eine Kettensegel, das wäre gut. Aber... Lädt auch immer nur einen Schuss nach. Die Schrollplante. Ich lade nach! Ah, jetzt bin ich für so'n Wert verloren. Lade! Der ist ja hier am rumpeln. Ich könnte, glaube ich, gar nicht mehr so schnell laufen oder sonst. Dort, das Plantagenhaus! Aha! Oh, hier ein feller Trucker hier. Das ist von Dixi Klo. Dixi Klo, Alter. Ja, ich geh erst mal aus Klo. Ich kann nicht mehr so schnell laufen. Da muss ich mich erst mal verarzen. Das geht nicht anders. Oh, ne, ne? Ich wollte gerade sagen. Jetzt geht's gut. Jetzt geht's gut, ja. Ich switche an die Vögel. So, da haben wir noch. Komma! Ich würde schon hier an die Clim, sag mal. Oh, wenn die oben hinten ist, die Snack, oder was? Die sind jetzt rein. Die Teddybären hier. Ja! Oh, die kleinen, feinen Details, Alter. So, die Treppe hoch. Der Defibrillator, ich glaube, den werde ich mal nehmen. Also, sowieso nichts anderes. Noch alles. Ach, so ein Heerenhaus. Überträgst das Schenzo-Massaker. Ja, das ist so ein Heerenhaus. Spielt hier wohl in Texas, oder so. Mit starten. Geil, hier ist ein MG. Oh, hier ist Verbandszeug. Ja, also, da nehme ich nicht den Defibrillator. Ich weiß es nicht. Also, einer sollte ihn nehmen. Wie komme ich weg? Wie komme ich weg? Achso. Nicht. Wie komme ich weg vom MG. Ich glaube, wir kriegen hier eine Menge Besuch, weil hier oben steht ein MG. Achso. Ja, aber dann verbinde ich mich erstmal hier, Rolf. Genau, verbinde dich, dann nimm gleich noch einen mit. Ja, der Defibrillator liegt hier unten auf dem Boden. Da kann man ja auch jederzeit wieder sich holen. Schau mal kurz auf und mich verabschieden. Ach, hier steht es schon, was? Geil. Geht's mir gut, ja. Geht's auch gut. So, her hoch hier. Mal Schotten auf. Danke. Wir haben Waffen. Also, hier muss es eine längere... Ist das das letzte Kapitel, ey? Ah, da sind Pforte. Ich geh mal davor und drück mal aufs Knöpfchen. Das würde ich auch mal machen. Vielleicht Perfunk. Kann mich jemand hören? Hey, hallo, wie geht's euch? Habt ihr schon in der Ewigkeit keine Sau mehr gehört? Was wollt ihr denn? Wo seid ihr? Munition. Wo seid ihr? Adrenalinschuss. Ist das Tor jetzt auf? Nö. Ist da ein Mikrofon da am Wokki-Talki oder was? Nee, ich bin ja gleich wieder zurück ins Haus. Warum? Wir müssen doch da... Ich hab... Hab doch gerufen. Oh Mann, ich hab mir fast die Beine noch gebrochen. Ich dachte, wir sind doch fertig gemacht da vorne. Habt doch gedrückt. Und jetzt steht, antworten Sie virtual. Nö. Das machen wir mal drücken. Oh Mann, Alter. Jetzt hab ich den ganzen Medi-Pack-Reballer gesehen, nur weil ich da oben runter gesprungen bin. Sag mal! Oh Fuck off Alter! Oh Fuck off, Alter. Ja, schuld! Achtung! Lade! Mann, mir bekommen wir da weg, der Ballett. Lade nach! Jetzt geht's ab! Munition! So. Oh! Au! Alter, der hat mich von oben bis runter geschmissen. Du wirst schnell wieder hochkommen. Ja, geht nicht. Ich lieg am Boden. Da muss ich was sagen. Oh Mann! Ich bin schon wieder hier runtergeschmissen. Diese Scheiße, ey. Lass dich nicht zurück! Lass dich nicht zurück! Lass dich nicht zurück! Lass dich nicht zurück! Ja, du. Hey, wir müssen weiter. Lade nach! Komm schon. Ich nehme jetzt den Defi lieber mit. Da hast du schon. Ich hab's erwischt. Halt still. So. Das ist aber nicht noch mal so eine Scheiße hier. Oh ja! Wie lange willst du eigentlich noch nachladen? Sag mal. Ja! 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 Ah! Ist das hier überhaupt weiter oder müssen wir da vorne nochmal hin? Boah. Gute Frage. Ah, mich hat ein Jockey hier. Oh, Hilfe. Ja. So, viel ist da noch. Ich hab den Definkulator. So mit. So. Hier einfach mal. Kann er gehen. Es war wahrscheinlich schon irgendwas großes. Dann Charger. Ja, ja. Ist er. Ja, der Definkulator. Boah, Alter. Alter, da hinten. Ich komme. Ich komme. Aber komm runter. Ich muss nicht wieder ganz da oben runter springen. Was wir so gleich. Oh, scheiße. Hoch mit dir. So. Oh, es kommen ein paar mehr hier. Einsteigen. Los. Zum Tor. Oh, Mann, ich verblute. Ja. Oh, shit. Ja, bist du eingestiegen oder was? Ich hoffe, dass ich es geschafft. Dann gib Gas. Wo ist das Boot? Das Boot. Die ganze Rode. Ja. Der sumpft, Alter. Zum Gedenken an Nick, Alice und Robin Hood. Ja. Da drin so viele sind ja eben auch kein Devibrillator mehr was. Ja, das NG da oben drauf war ein bisschen blöd fand ich. Also die kamen ja gar nicht aus der Richtung. Na gut, wenn man das hätte rausreißen können und so benutzen können. Ja. Das wäre auch cool, ja. Ja. Obwohl, wenn wir uns aufgeteilt hätten, ein paar bleiben unten am Tor stehen und ein paar bleiben oben, dann kann man sich gegenseitig decken. Hm. Kann er denn ein NG? Ja. Gegenseitig decken, Alter. Ja. Die decken sich gegenseitig. Das hat doch mal irgendein Bier, wo sie gesagt haben. Die decken sich gegenseitig. Ach ja, das ist mein Middle of Honor Frontline, Alter. Nehmt ihn von hinten, Alter. Das waren die geilsten Sprüche, Alter. Er ist mitten im Zweiten Weltkrieg und sagt, er hat ne Waffe, Alter. Ja. Im Zweiten Weltkrieg hat wohl jeder ne Waffe. Nehmt ihn von hinten, Alter. Gebt ihm Deckung, Alter. Ich geh außen rum und nehmen sie mir von hinten. Gebt mir Deckung. Ja, nehmt ihn von hinten, Alter. Und Deckmich. Aber Playstation 2 früher noch, Alter. Hätte das auch auf, äh, PS3 hab ich das auch noch.